Mit Entschlossenheit auf der einen Seite, aber auch mit einer großen Portion Freude am Spiel sowie großem Teamgeist geht die Mannschaft des FK Austria Wien in die Endphase der Vorbereitung auf das Frühjahr 2015. Gemeinsam will man jene klaren Visionen, die man Anfang des Jahres ausgegeben hat, in die Tat umsetzen. Platz 2 in der Liga sowie das Erreichen des Endspiels im ÖFD Samsung Cup sind die Ziele, denen fortan alles untergeordnet wird. Die Integration der Neuzugänge klappte laut Trainer Gerald Baumgartner in kurzer Zeit und auch in den ersten Testspielen sowie im Training lässt man ebenfalls bereits erkennen, dass man sich auf einem guten Weg befindet. Mit Entschlossenheit der Neuzugänge mit der Neuzugänge mit der Neuzugänge mit der Neuzugänge Bis zum nächsten Mal.